Ich hab kein neues Ding, ich hab so'n Ding. Das wie die RPG funktioniert, nur grader und schnellerer. Ah, die Smurf, die Superkacke. Macht keinen Schaden, die Smurf. Ich klär one-click damit nur, Alter. In welchem Team seid ihr? Sind wir in einem Team, sind wir in einem Squad? Ich bin US. In welchem Squad? Unser Squad ist Feuer. Ich mach mal ein neues auf. Ja, ich bin grad eh tot, deswegen machen wir das. Golf Squad. Oh ja, Golf spielen. Oh nein, ich hab versehentlich immer mit der... Team Setup, äh, Golf. Nicht 440er Magna, was hab ich jetzt schon wieder für die 440er Magna vorher? Das ist ja schlimm. Diegol, diegol, super. Ich glaub ich bin mal die LX 80er 2. LX 2. Ich liebe die Typ 88. Und Jett ist vor... nein, Jett ist nicht mehr frei. Oh, so'n Gag-Boot. Auf'n Sack. Ah, äh... Ah, 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 stay alive, stay alive, ah, 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 stay alive, ah, 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 stay alive. Ull, ha, ah, ah, O-Ah, ah, 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 ah! Der total swabbrot! ich will dich jetzt mitnehmen. Defibrillator ins Gesicht. Oh nein. Ja von mir. Wenn die Konsole aufmacht, ne? Und deshalb, wenn seine sich nicht drückt. Wieso kommen wir aus zu sehen auf die Konsole? Das ist schlecht gelegt. Ja, das ist genau so gelegt wie in jedem anderen Spiel. Retzen bitte. Es geht in kein anderer Spielsauce raus. Oh, ich hab jemanden genau hilft. Auf den Sack. Retz mich, Plane. Ähm, die Animation war verpackt. Get good, Alter. Er retz mich. Der geht nicht. Einer ist da ja näher. Oh. Das ist auch ein Kack. Kommen wir hier erstmal bei CR-Platten. Ne, ich, ich, ich fahr jetzt LAV. Lo. Alter. Halt, wo bist du, Timo? Ich bin schon bei dir. Ja, weil Timo kann reparieren. Mist. Ich kann nicht reparieren. Ich kann gar nichts. Ich bin ein so nett. Die sind so nutzlos, ne? Ich weiß schon überhaupt nicht, warum nicht einfach alle auf der Sonette gucken. In Sonetten reden. Ja, ne, das, das ist nicht schön, aber... Das ist tatsächlich nicht schön. Lass mal echt irgendwann in so'n Opernhaus gehen und so'n Ned von Shakespeare rein saugen. Ja, also, das war richtig. Das ist schon übel, teuer, aber im Chaos. Aber es ist teuer. Ja, das ist das Problem. Ja, dann fasse ich immer an Theater. Ein Theater geht mega cool. Weißt du, so voll gebildet? Was ist mit ihm? Oh, er hat getötet. Äh, der hat echt viel ausgehalten. Äh, die keptern gerade im GB und so. Oder er ist gerade bei B. Ich hab mich bei der durch. Das ist der Peter Hass, der immer an. Oh, ich hab' getötet. Schnext. Ja, dann kann er doch gar nicht so hart hassen. Ja, tut er ja jetzt auch nicht mehr. Ich hab' ihn hier hypnotisiert. Ich hab' ihn hier hypnotisiert. Mit Hypnotisierungskunik zu sehen. Ja, ich hab' ihn hier hypnotisiert. Okay, B. wird uns abgewählt. Wir nehmen ihn mit ein. Das ging schon so. Das war ja zweitwoche mit M.G. oder? M.G. Ich hab' noch gar nichts anderes, glaub' ich, hier für frei. Ich hab' ich das erste Mal oder so, äh, L.A. Wie? Hallo, ich bin auch bei euch. Also, ich bin gar nicht aufdringlich. Hallo, hallo, hallo. L.S.D. Okay, du erfährst das erste Mal L.S.D. Aber ich hab' den one-click hat schon gedrückt. Alter, diese Geschütze, ne? Die deiner Seite. Ich werd' beschossen. Äh, wie kann ich reparieren? Ja, aufsteigen! Und, äh... Get away from us. Alter! Ist nicht kaputt! Ja, reparier mal, Timo. Ja! Ich bin hier euer, euer Lauf. Nein, ich bin nicht da. Nein! Auf'n Sack! Nein! Nein! Ich hab' den 5-7, die 6-7 angemalt. Ich hab' den 5-7. Zeig' mal, wird mal stehen. Hey! Ich hab' bisher irgendwie nur die M9, diese andere Standardpistole. Die 6-7 war dann 6-7 angemalt. Ja! Guck, da ist ein Geistring da drauf. Ja, ich hab' das höchstlichste von der Welt genommen, Alter. Na, aber der Geistring ist super. Der Geistring ist aller bester. Alter, was macht denn das? Fährt, fährt was. Weißt du, was war das? Timo, warte mal. Komm mal zurück. Das war'n Brenner. Zünd' mal das hier an. Oh, war das nicht der Brenner. Er hat sie viel gebrauchen. Auf'n Sack! Oh Gott! Cool. Alter, das ist echt mal geil. Hey, wieso hab' ich denn jetzt die ACE 23 frei? Ich will doch die AUG frei. Die hässlichen Heli-Kevins. Alter, da hinten ist ein NLV-2B gefahren, glaub' ich. Ja, ich pack' mir jetzt mal eine andere Tarnung auf meine Wapfe. Tarnung? Das ist eine tolle... Boah, hier sind's ja sogar Tarnungen. Wie wird's die Counter-Straft? Bei Call of Duty sind's auch nicht wirklich Tarnungen. Da is'n, da is'n, da is'n Kack-Mensch. Bei, 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 bei B. Was ist denn mit ihm? Oh, ich wurde weggesniped. Im 98. Was ist das, diese ganzen Sniper? Boah. Ich bin Level 32 und hab' schon die M98 frei. Ich hab' nur das Neufer gespielt. Ja, da kennst du noch ein Blacker, äh, Känzerin Bad Company zwei genauso. Kommen zu Level 6 um die Ecke. Guck mal, ich kann nicht SV 98 Quicks, äh, Quickscompen. Ne, mich kann ich da selber nicht, aber irgendwie keiner sonst jeder. Ne, ich aber auch nicht. Das ist echt fürchterlich, ne? Das ist im LV passiert. Der hat Schmerzen gehabt. Ich glaub, der bricht hier auf den Sack, der bricht. Äh, hast du grad den Killfeed gesehen? Ist das irgendwie X-A-Fear-Only oder so? Also. Das wäre übrigens sehr super. Äh, X-A-Fear, wir sollten vielleicht nicht übers offene Feld so laufen. Und oder auch schwimmen. Oder dann so nicht sinken. Ist... Summen. Summen. Wieso hebst du denn die HK416 hoch, hallo? Die ist wasserfest. Hehehe. Ähm, das macht man aber trotzdem so. Ja, ich mein, wenn man's kann. Und wir meinen, das ist verkacktes M4-Modell, die sind eigentlich nie wasserfest. Ja, aber die HK416 schon. Da wär ich mir nicht so sicher. Äh, doch. Doch, ist sie. Ist sie. Du kannst sie auch in Sand tumken, wenn sie nass ist und dir trotzdem keine Nachnehmung. Ja. Kannst du echt vieles mitmachen. Eigentlich ist die HK416 mit einer der Vorzeigewaffen momentan. Von dem, was sie äh, aushält. Zumindest so, auch in echt, also in echt. Die hat mir eine gekauft. Wieso werde ich denn von hinten beschad... Was tut ihr denn? Ja, du hast den immer noch nicht getötet. Ja, doch jetzt hab ich ihn getötet, aber ich wollte erst, erst heilen. Eigentlich hast du es immer erst töten, dann heilen, aber... Eigentlich hast du es den Gegner, den Fiegel revieren. Und deinen Freund mit der Waffe killen. Nein, ich bin da, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich lobe weg, tschüss. Danke. Könntest du bitte ein Mad-Kid hinwerfen, mir ist irgendwie so schwarz vor Augen. Kann ich nicht. Jetzt, weiß. Ach, jetzt hat der erst wieder einen Cooldown. Mhm. Der ist echt widerlich in W4. Oh kacke, von hinten werde ich... Der ist ein bisschen lang, ne? Alter! Vielen Dank, ich kann meine Klasse hier einfach nicht changen, wieso nicht? Nein, ich will nicht hochfahren. Was ist mit der Kiste? Dann spiel doch einfach die HK416, die ist super. Was ist mit dir? Wieso kann ich an der Kiste nicht meine Klasse changen? Ich hab Angst. Hä? Justus, ich hab Angst. Ja, mein Problem. Ich bin dafür, dass wir es dann einfach nur noch Justus nennen. Da ist ne Anti-Air. Schöner Name. Okay, die Anti-Air wird grazifiert. Was ist denn mit der Anti-Air? Oh, jetzt ist sie geplatzt. Ich hab doch gesagt, die wird grazifiert. Aber das sah nicht dachvollziehbar aus. Ich hab so den HK416-Header gedrückt, ne? Ach, jetzt weiß ich doch noch nicht die ganze Zeit. Oha, XF-A, ich werde noch hinten gestassen. Ich bin tot. Ich nicht. Du lebst auch. Was? Ja, du hast den Falschen gerettet. I, I... I don't know why. Oh nein, XF-A. Ja, ich bin doch da. Ja, dann hausen Sie doch mal Pflaster's Kitsch. Und retzen Sie mich. Äh, äh. Äh. Ich bin schon wieder bei dir. Ich bin tot. Du kannst mich doch mal tippen. Objektiv Alpha hat mich zu retten. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal retten kann. Ne, kann ich nämlich nicht. Du kannst mich doch mal retten. Nein, kann ich nicht. Du bist so ein Untermensch. Ich fahre wie bei L.A.V. Aua, jetzt bin ich wegen dir gestorben. Jetzt beim Spawnkind hat mir die gerackt. Au, 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 geht. Alles ist weiter. Richtig gemütlich in den Krieg ziehen. Also, ich find Krieg immer gemütlich. Aber das machst du mal Fragen. Gehle Hilfe. Mäh, äh. Ja, die seitlichen Plätze in der L.A.V. sind echt scheiße. Ja, äh. Weil wenn alles... Oh, da ist ja noch viel mehr Platz. Hier. Fünf. Alter. Alter. Die hinteren beiden sind hinten, ne? Also... Da kann ich... Ich will mal gleich... Alter. Ähm. Das ist irgendwie ein... Wohnwagen oder so. We are out of here. Ja, Timo. Nepparier doch mal. Ja, ich kann... Halt an! Ja, XRP muss vielleicht außer Schussreichweite? Ne, jetzt mach ich erst hier genüsslich den Zaun kaputt. Ja, nichts für den. Ja, XRP wollte nicht unbedingt beschossen werden bei der Event. Ja, C4 ich nicht jetzt. Du wärst schon längst wieder heil. Also, ich seh nix mehr, weil der mit seinem hässlichen Bunsenbrenner da alles kaputt macht. Hahaha. Das ist nicht... Ich kann das C4 nicht mehr von Panzer ab. Junge, ich löte dich gleich, kam mir. Wieso hast du mir C4 geplatzt? Wenn jetzt gleich irgendeiner, ne, auf diese scheiß C4 schießt, platz mir. Ich hab das doch schon kaputt gemacht. Ah, so gut. Mach dich kaputt. Dann ist es denn mit dir? Nein. Wir können einfach mal ein C4 L.A.V machen. Nein. Warum ist aber schon wieder meine Flasche kaputt? Ja, weil du zu viel lötest. Ne... NEIN! Ich habe eine hostile L.A.V zu Norden, Ihre Position. Halt doch mal auf zu löten. Möchtest du mitkommen, Timo? Ja, sie ist. Okay. Ja, kommt mit Kackmatch. Oh ja. Oh ja. Was ist das mit der Artillerie? Wieso spinnt die so hart? Alter, was ist mit ihm? Alter, da sind ganz viele Menschen rausgesprungen, die wir sterben wollen. Was ist das für ein Müllfahrzeug? Die Snacks, ey. Kannst du gleich zu Hause bleiben? Ja, der seitliche Platz ist auch scheiße. Alter, warst du schon mal im Wohnwagen auf dem seitlichen Platz? Nee, hätten wir aber gerne einen Wohnwagen auf dem seitlichen Platz. Ja, egal. Da haben die zum Beispiel keine LMGs. Ich verstehe auch gar nicht, warum nicht. Wir können nicht so leben. Aber ich würde so eine LMG doch nicht leben. Wann, Mann. Alter, dieser hässliche Jet. Ich hab schon wieder schmerzen. Ist der Jet? Äh, nichts mehr weh. Dann können wir vielleicht nicht weiter an die Scheiße fahren. Nein! Nein! Ich hab den C4. Ja, ist das, bleib bitte am Leben. Nein, ich wollte weg das Snipe von einem Autoschnieper. Nein! Okay, bei B. Das ist ein blöde, der ist nächstes im Kackspiel. Wollen wir nicht lieber auf einen neuen Nelly? Wir warten dann nicht. Nein, ich sch... Schöpflin, schöpflin. Was ist denn hier? Wo? Schöpflin. 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 Da hinten kommen Menschen. Ja, ich ließ mal auf die Menschen. Ja. Ich sag, okay, du hast doch Menschen. Was hieß denn eigentlich immer? Die sind doch dort, wenn du die hast. Die sind doch dort, wenn du die hast. Alter, ich hab die sogar gehittet. Oh ja! Wenn du die hast, könnt ihr umbringen. Die sind für 74. Ich hasse das Spiel manchmal, ne? Was sind das denn hier? Wir hätten hier wieder Teller hängen, oder? Alter, was? Ein hässliches Müllboot, ne? Ja. Von wo denn? Ja. Vom Wasser, würd ich mal sagen. Hilfe! Nein! Das Boot wird wohl eher seltener auf dem Land fahren. Nein, ich hab gerade das Flieg. Im, im Wald. Warte, Timo. Das hat aber gedauert. Ja, da ist irgendwie so ein kleines Boot. Da ist das Boot. Oh, der Typ ist ausgestiegen. Hä? Hat er sein Boot alleine gelassen? Ja, ich hab ihn gekillt. Ja, mega, du. Nein, das Boot ist geplatzt. Ja. Ja. Ja, da hast du echt ein Problem. Hat er überhaupt noch Spaß? Nein! Aber du gewinnst. Also nicht immer. Alter, was ist denn mit dem Zweibein? Das dreht einfach komplett durch. So klippt die L-680er 2, nicht nur so komisch in mir. L-680, 1000. Echt ein bisschen verpackt. Jetzt rennen. Oh, XRP, warum platzt hier alles? Weiß ich nicht. Bei Hellred, Alter. Ein Hellred. Ein Hellred? Junge, was ist denn? Das ist doch schon wieder hier Müll. Komm, hab ich die Flasche oder nicht? Oh nein, der Spawnschutz oder so. Äh, das sind Menschen. Oh, XRP. Sind alle tot.